Wöchentlich Ich gehe wöchentlich ins Fitnessstudio. Der Müll wird wöchentlich abgeholt. Wir treffen uns wöchentlich zum Spielen. Wöchentlich mache ich meine Einkäufe. Jährlich Wir machen jährlich Urlaub am Meer. Jährlich feiern wir unseren Hochzeitstag. Der Baum blüht jährlich im Frühling. Die Mitgliedschaft wird jährlich bezahlt. Eben Das habe ich eben schon gesagt. Sie hat eben angerufen. Der Bus ist eben abgefahren. Ich habe eben meine Hausaufgaben gemacht. Zuerst Zuerst müssen wir das Problem lösen. Zuerst gehen wir einkaufen, danach ins Kino. Zuerst machen wir die Hausaufgaben. Zuerst essen wir, dann gehen wir spazieren. Zuerst 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 hatte er keine Zeit. Zuerst haben wir einen Film geschaut. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Zuerst warst du sehr beschäftigt. Kürzlich Wir haben uns kürzlich getroffen. Kürzlich war das Wetter sehr schlecht. Kürzlich habe ich mein Auto verkauft. Ich habe kürzlich einen neuen Job angefangen. Vorgestern Vorgestern hatte ich einen Arzttermin. Vorgestern war das Wetter besser. Wir waren vorgestern im Park. Vorgestern war ein Feiertag. Übermorgen Die Party ist übermorgen. Übermorgen werde ich ins Fitnessstudio gehen. Übermorgen treffe ich mich mit Freunden. Übermorgen habe ich einen wichtigen Termin. Seitdem Seitdem hat sich viel verändert. Seitdem regnet es fast jeden Tag. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Seitdem sie studiert, hat sie weniger Freizeit. Heutzutage 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 ist Bildung sehr wichtig. Heutzutage spielen Kinder oft Computerspiele. Heutzutage arbeiten viele von zu Hause aus. Heutzutage kann man fast alles online kaufen. Vorhin Wir haben vorhin telefoniert. Ich war vorhin beim Arzt. Vorhin war das Wetter besser. Vorhin habe ich ihn im Supermarkt gesehen. Neulich Neulich habe ich ein Konzert besucht. Neulich habe ich mein Fahrrad repariert. Neulich haben wir unser Wohnzimmer renoviert. Neulich habe ich ein neues Restaurant entdeckt. Sie ist dauernd am Telefon. Er kommt dauernd zu spät. Dauernd klingelt das Telefon. Sie ändert dauernd ihre Meinung. Inzwischen Ich habe inzwischen gefrühstückt. Inzwischen ist es dunkel draußen. Es regnet inzwischen nicht mehr. Sie hat inzwischen ihre Meinung geändert. Damals Damals war sie sehr schüchtern. Damals waren wir noch Kinder. Damals war alles billiger. Damals gab es keine Smartphones. Mittlerweile Mittlerweile sind wir verheiratet. Mittlerweile spricht er fließend Deutsch. Mittlerweile wohne ich in einer anderen Stadt. Mittlerweile hat sie eine neue Arbeitsstelle. Letztens Letztens haben wir uns im Café getroffen. Letztens habe ich eine Reise gemacht. Letztens habe ich mit ihm gesprochen. Letztens war ich sehr beschäftigt. Zuvor 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 war sie sehr schüchtern. Zuvor hatten wir keinen Kontakt. Ich hatte das Problem zuvor nicht bemerkt. Zuvor hatte ich noch nie so viel gearbeitet. Nachmittags Nachmittags gehe ich oft spazieren. Wir treffen uns nachmittags im Café. Nachmittags mache ich meine Hausaufgaben. Ich habe nachmittags immer Zeit für Sport. Abends Abends mache ich oft Yoga. Abends treffen wir uns oft zum Essen. Abends gehe ich gerne spazieren. Abends schauen wir oft einen Film. Nachts Nachts kann ich besser denken. Nachts fahren weniger Autos auf der Straße. Nachts schaue ich gerne Filme. Ich arbeite manchmal auch nachts. Frühmorgens Frühmorgens gehe ich joggen. Frühmorgens trinke ich einen Kaffee. Frühmorgens kann ich am besten arbeiten. Frühmorgens gehe ich oft einkaufen. Hin und wieder Hin und wieder treffe ich alte Freunde. Hin und wieder esse ich Schokolade. Hin und wieder mache ich eine Pause. Hin und wieder gehen wir ins Kino. Zukünftig Zukünftig werde ich mehr Sport treiben. Zukünftig Zukünftig werde ich früher aufstehen. Zukünftig werde ich einen Kurs besuchen. Zukünftig werde ich gesünder essen. Jedenfalls Jedenfalls müssen wir jetzt losgehen. Jedenfalls werden wir pünktlich sein. Jedenfalls werde ich es versuchen. Jedenfalls werde ich morgen zur Party gehen. bis zum nächsten Mal. Jedenfalls 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 Vielen Dank.